Die werden, also die Erstklässler werden hier immer... Okay, rude. Die Erstklässler werden hier immer mit dem Boot... Das machen wir einmal als Nebenquist und da lernen wir Imperio. Yes, of course, dann nehmen wir doch das. Sebastian ist erstmal weggesprengt. Und damit herzlich willkommen zurück zur zauberhaften Welt von Hogwarts Legacy. Dixis Aqua Regia Level 31. Wir starten direkt wieder rein. Ja, wir haben uns letztes Mal in diesem schönen kleinen Hütchen ausgelockt, in dem einfach nichts ist. Hier muss es doch irgendwelche Secrets geben. Die stellen doch nicht einfach so eine leere Hütte hier hin. Ich würde im Normalfall die ganze Hütte auseinandernehmen. Schafe sind nicht begeistert. Die wurden in ihrem Schlaf gestört. Durch Bombarder. Quests. Was steht heute so an? Wir haben nicht viel. Eigentlich haben wir nur die Main-Quests. Wir könnten auf der Map gucken, ob da noch irgendwelche anderen Quests sind, aber das machen wir nicht. Wir machen Fire and Vice. Miet Poppy Sweeting. Wir sollen die irgendwo ganz hier oben mieten. Aus welchem Grund auch immer. Hat euch eigentlich auch schon mal aufgefallen, dass in diesem Spiel die ganzen Quests sehr viele Puns, beziehungsweise Wortwitze enthalten. Nur als so kleine Anmerkung. Ist Highwing okay? Natty hat mir gesagt, was die zwei von euch getan haben. Willst du mich bitte anreden, wenn du mit mir sprichst? Highwing ist okay, wenn du ein Augenblick auf sie behalten. Sie ist sicher, Poppy, ich promise. Gut. Whatever die Poachers are up to, ich will Highwing far from it. Du sagst, dass du über die Poachers hattest, und dass sie etwas hat mit mir zu tun. Es hat. Ich habe sie gesprochen in der Hogshead, und... ...und du wissen, dass sie von Victor Rookwood haben, von Victor Rookwood, zu verabschieden Sie aufsicht? Und das hat nichts zu tun mit Rookwood und Harlow kommen für dich in den drei Broomsticken, nach dem Troll attack? Es macht etwas, aber... ...at dem Moment, ich bin mehr concerned, was du gehört hast, was die Poachers sind auf zu. Fair enough. Aber ich hoffe, dass du mich wissen, ob ich kann mir helfen, besonders nach dem, was du gemacht hast, für Highwing. Und das heißt, der Name Horntale Hall bedeutet nichts für dich? Ich bin Angst, nicht. Warum? Was ist das? Die Poachers bestellten ein Geheimnis, wahrscheinlich. Der Name kam auf zwei, aber sie haben noch nie in die Details. Ich habe auch gehört, dass sie einen von ihnen braggen, über all die Gold, die sie machen sind. Auf der Kosten von Innocenten Kreaturen, sicherlich. Die Poachers sprachen über diese Umgebung, und ich dachte, wenn wir nachher ein bisschen suchen, dann könnte es uns feststellen, was sie machen. Wenn du mal mit meiner Gran treffen möchtest, das ist niemals passiert. Nicht zufrieden, Poppy. Wenn ich mal mit Ihrer Gran treffen, werde ich nicht sagen, was das. Ich erzähle sie alles. Sie könnte sein, mein bester Freund, nach Highwing, aber sie weiß, wie ich fühle mich über die Poachers. Ich denke, sie überraschend, dass ich etwas tun habe. Irruggeist. Was hat sie diese Idee gegeben hat? Das ist das. Äh, nicht da runter zu den Gegnern. Ein Tauren. Nicht nur einer. Obada! Ich hoffe, das ist wahr. Unsere Kind ist zu verlieren, mit den Pochern und die sie arbeiten mit. Er war sicherlich ein Charmer. Das könnte es besser sein. Centaurs sind nicht wirklich Fans der Wizard-Kind und die Poachers sind nicht helfen. Aber warum denken wir etwas zu tun mit Poachers? Ich habe gesehen, die Poachers sprechen mit ein paar Villagers in Hogsmeade. Ich bin nicht sicher warum. Vielleicht ist das warum die Centaurs sind suspicious. Das war die dritte Mal, dass ich einen Dugbog verhäte. Es scheint, dass viele Beasts mehr aggressiv sind als bisher. Ich habe das auch gemerkt. Es ist fast, dass es etwas im Wasser gibt. Ich würde eventuell auch an mir liegen, dass ich die die ganze Zeit handen gehe und alles töte, was mir so in den Weg läuft. Was ist das? Ich bin nicht ganz sicher, aber schau um. Wenn die Poachers hier sind, können wir vielleicht wissen, warum. Bevor ich diese ganzen Hinweise mal angucke, loote ich hier erstmal. Ich weiß ja nicht, ob es so sicher ist, hier durchs Wasser zu schwimmen, wo gerade so ein komplettes Reh von so einem Frosch geköpft und dann ins Wasser gezogen worden ist. War gut. Von unserem Charakter scheint es nicht zu stören. Still smoking. They can't have been gone long. It's rancid. Maybe they are gone along. Pelt. Poor beasts. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Reveglio. This is Goblin Metal. Seems out of place in a Poacher camp. Die bauen eine Drachenrüstung. Wir machen anscheinend irgendwas mit Drachen. Ich meine, ergibt ja auch Sinn, wir wurden ganz am Anfang von einem Drachen angegriffen. Hätte man auch schon so drauf kommen können. Ja. 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 Ich weiß nicht, dass ich das gut fühle. Ich weiß nicht. Das ist gut. Das ist gut. Und da sind die Poachers. No creatures, so. So, what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Capulco! Curious. King Pringo! Bhopping that one, Kurt. Back in the ground. Expelling on. Prodigal. Avoiding that problem. Miserable bleed. King Pringo! Ich habe die Brücke zerstört. Kommt da so eine Leiche mit wieder hochgeflogen. Ach mann. Bist du gerade disappariert? Das hat nämlich so einen Sound gemacht. Disapparieren? Bis in der dritten Klasse oder so. Auf jeden Fall bist du kleiner als ich. Du kannst so apparieren. Ja Drachen sag ich doch. Ein sibirischer Hornschwanz und irgend so ein Grünling Ding. Balisischer Grünling oder so. Ja. 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 Ist das genug? Ja der ist jetzt mal ein bisschen beschäftigt. Keine Sorge. Das hat keiner mitbekommen. Ich meine es ist zwar sehr laut aber die Leute hier müssten es mitbekommen wenn auf einmal eine Explosion von hinter ihnen nicht von vor ihnen kommen. Ja. Ja gut gehen wir halt außen rum. Ja gut gehen wir halt außen rum. Bestricated area auch nicht viel besser. Ja. 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 Und wird man die ganze Zeit im Kreisum sicher rum. Das ist schon mehr Action. Ja gut. Was. Was? Erstmal Apfel essen. Aber müssen wir das nicht irgendwie warm halten? Ich glaube, das ist heiß. Was? Pass auf. Okay, ich habe das Ecke. Bereit. Die Elemente zur Überraschung sind nur bei uns ein paar Sekunden. Lass uns sie counten. Die Elemente zur Überraschung sind nur bei uns. Die Elemente zur Überraschung sind nur bei uns. Die Elemente zur Überraschung sind nur bei uns. Ich stehe hier vorne. Die Elemente zur Überraschung sind nur bei uns. Die Elemente zur Überraschung sind nur bei uns. Das ist ein Pender. Das ist ein Pender. Das ist ein Pender. Behind the nightstick. Expelliarmus. Ich bin ein Pender. Ich bin ein Pender. Ich bin ein Pender. Expelliarmus. Das war's. Sehr gut. Expelliarmus. 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 Interessant. Interessant, wie wirklich der einzige, der was gegen die Dark Magic sagt, ein Gryffindor ist. Expelliarmus. Aber gut. Ich weiß nicht, ob der Drache so unterscheiden kann, dass... Expelliarmus. 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 Incendio! This way! Schade, ich dachte, wir fliegen auf dem Drachen weg. Ja, nee, hätte ich eigentlich eher gewundert. Das war ein Hebride in Black. Ich glaube, das Oeg, das wir haben, gehört zu diesem Drago. Ich glaube nicht, dass sie das Oeg hatten. Sie hätte nicht ohne es verlassen können. Was jetzt? Sie hat uns nicht genau eine Bezeichnungskarte verlassen. Ich weiß nicht. Nichts von diesem Tag war erwartet. Nichts von den Goblins, und definitiv nicht von der Kampf. Die letzte Sache, was ich auf dem Drago war, war ein Drago. Und die Pochers sah uns, das kann nicht gut sein. Raum der Wünsche, keine Sorge. Ich glaube, ich habe da so ein bisschen was. Wir haben sowieso bei denen schon Staatsfeind Nummer 1. Also von daher. Wir helfen uns nicht, dass wir hier stehen. Lass uns zur Sicherheit kommen. Wir können das später ausführen. Du bist richtig. Wenn es nichts gibt, was die Pochers gut an tun, ist, sie schreien ihre Feind. Und jetzt sind wir es. Be klar, nicht wahr? Aber das ist eine schöne Aussicht von hier auf Hogwarts. Das ist der letzte Spell, den wir brauchen, glaube ich. Wer lebt hier, I wonder? Ich sollte unterscheiden. Hm. Da kommt schon, ey. Wingardium Leviosa. Leviosa. So, was müssen wir denn als Requirements für den Transformation Spell machen? Collect the field guide page in the underground harbor. Collect the field guide page from the book intermediate transfiguration in the library. Ja, das ist auch wieder die einzige Quest, die wir im Moment haben. Also, ich hätte eher gedacht, dass das hier der Haber ist. Aber, das Spiel leitet uns woanders hin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin es uns leitet, weil, wenn wir da die Treppe hochgegangen wären, hätte uns das nichts gebracht. Also gut, hier ist auch ein Eingang anscheinend irgendwie, aber so war das doch jetzt viel schneller. So, das ist der underground harbor? Joa. Rebellion! Underground harbor, located deep beneath the viaduct courtyard, is the landing for boats, delivering first year students across the black lake to Hogwarts. Das ist interessant. Davon war, ich glaube, weder im Buch noch in den Filmen die Rede, wo denn überhaupt diese ganzen Schiffe ankommen. Die werden, also die Erstklässler werden hier immer... Okay, rude. Äh, die Erstklässler werden hier immer mit dem Boot hier rübergebracht, aber man weiß halt nie, wo die ankommen. Und das habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nie gefragt. Das ist ein sehr kleiner Aufzug, wenn man überlegt, dass irgendwie so 30, 40 Erstklässler die DCA ankommen. Der muss ein paar Mal hoch und runterfahren. Das weiß ich, wo das ist. Vielleicht habe ich die Motte auch letztes Mal gehört, als ich hier war und nicht den Schlüssel. Kann sein. Okay. Meine Mutter würde gerne mit mir sprechen. Ich glaube, sie hat gelernt, was wir mit uns vorbeizubringen. Ich hoffe, sie wird mir besser auf mich sein, wenn du da bist. Können wir uns mit den drei Bremstücken? Es wird endlich safe sein, weil wir den Dragan aus den Hauntel Hallen geschehen. Bezüglich Nettys Mutter meint sie, sie ist easier, weil sie Angst hat, dass ich Kruzio auf sie kass, oder was hast du ihr das erzählt? Hier sind so Wandgemälde. Um die irgendwas zu bedeuten? Rebellion. Ich brauch das, glaube ich. Professor Weasley hat mich gefragt, um etwas aus diesem Buch zu bekommen. May I have it? Did she now? Ich gebe dir dieses Buch, wenn du mir das Buch anstatt ein paar Fragen aus meiner Quizze. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. Ich würde sagen, dass kein knowledge ist trivial. Hence, ich habe eine kleine Quizze, einfach für Spaß, fokussing mainly auf die Lore der Wizarding Welt. None der anderen Studenten will versuchen es, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Oh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Oder du könntest mir das Buch einfach geben, weil ich dir letztes Mal auch einen Gefallen getan habe, ja? Nein? Na ja, gut. Und zwar der Golden Snidget. Problem ist, ich weiß halt auch nicht die englischen Begriffe, aber ja. The Golden Snidget. Correct. The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Felix Felicis. Das ist einfach nur der lateinische Name. Felix Felicis ist eine Bandsubstanz in all organisierten Komponenten. The Tale of the Three Brothers involves witch-magical-artifacts. The Tale of the Three Brothers involves witch-magical-artifacts. So. The Deathly Hallows. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrectionstone and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The Quaffle, oder? The Snidget ja auf gar keinen Fall. Und ich glaube, die Quaffle sind größer als die, äh... Wie heißen die Hins noch auf Deutsch? Die Klatscher. The Quaffle. That's right. When a Chaser throws the Quaffle through one of three Hoops in a Quidditch-match, their team is awarded ten points. True or false? Polyjuice-Potion allows the Drinker to change species. Das ist schwierig. Er ist nicht dafür gedacht. Es passiert, aber es passiert... Ähm... Ja, wir machen mal false. False. Correct. While Polyjuice-Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, then, I have plenty more questions I can ask you, and I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Ja, warum nicht? I'd like to answer more questions. What government directly preceded the Ministry of Magic? What government directly preceded the Ministry of Magic? Ähm... The Wizard's Council? The Wizard's Council. That's correct. The Wizard's Council disbanded in 1707 after the creation of the international statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which Dragonbreed is the smallest? Woher soll ich das denn wissen? Ach, du Scheiße. Ähm... Da muss ich raten. Fahlauge, Vipertooth. The Peruvian Vipertooth. Brilliant! Though the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Hengist of Woodcroft. That's right! It is believed that Hengist used the three broomsticks in as his home. Das wurde ja schon im Spiel genannt. Hide Behind was excellently created by crossbreeding a ghoul with what? Ich hab auch keine Ahnung. Ich mein, Hide Behind würde ja zu einem Demigeist passen. Oder? Ich hab halt keine Ahnung, was diese Begriffe auf Deutsch sind. Demigeist war doch, glaub ich, ein Irrwicht, oder? Ich muss mir das einmal kurz übersetzen. Nee. Ist Lethifold ein Irrwicht? Ich würde nämlich Irrwicht sagen. Lethifold Deutsch. Auch nicht. Ist das so ein Runespoor? Okay, die sind hier alle nur mit genau den Sachen... Okay, keine Ahnung. Demigeist? A Demigeist? Yes! Wow, ich bin gut im Raten. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Und das ist auf Deutsch auch einfach mit Lethifold übersetzt. Sind das... Nee, das sind ja... Dementoren sind Dementors. Also der Patronus scheidet schon mal aus. Stunning oder Knockback? Knockback? The Knockback, Jinx. Actually, the answer was the Patronus Charm. The only known survivor of a Lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Gamp. Einfach nur Gamp. Ich hab keine Ahnung. Ich hab aber das Gefühl... Das hab ich schon mal gehört, aber mir kommt keiner dieser Namen bekannt vor. Hm. Evangeline Orpington. Das ist incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamps law is that food cannot be conjured, though it can be summit. What does the Hogwarts motto translate to? Never tickle a sleeping dragon. Never tickle a sleeping dragon. Das weiß ich. Ich weiß immer noch nicht, was ein Runespoor ist. Vielleicht der Ashwinder? Alter, wie viele denn noch? War das da, wo Ned hierher kam? Keine Ahnung, klingt für mich nach dem Pyrenäen. No, Ilvermorny is actually located on Mount Greylock. Wo soll ich das alles wissen? Ich kenne die englischen Namen halt nicht. Ich weiß, was Amor-Liebe heißt, aber... Ja, komm. Ich kenne die Angst. Ich kenne diese ganze... Weißt du, wenn die auf Deutsch wären, vielleicht. Aber das ist schwierig, das auf Englisch zu antworten. Heffersacking, Bletching, Heffersacking vielleicht? Heffersacking. Das ist richtig. Bletching ist fliegt, um mit einem Spieler zu enttäuschen. Stooging ist, wenn zwei Schäferer die anderen Teamer von den Schäfer entfernen, damit ein dritter Schäfer zu scoren kann. Ein Schäfer aus einem Mackeld-Malachlor hat den ungewöhnlichen Effekt, dass es was schäfer zu machen kann. Mackeld-Malachlor? Hm. Haarige Ecken. Nein, die Antwort war schlecht. Nativ zu der europäischen Kostlinie, die Effekte von einem Malachlors Schäfer können über eine Woche dauern. Welche Plante excrette Stinkzap? Mimbalus Mimbaltonia. Correct. Die Mimbalus Mimbaltonia-Plante, secrete Stinkzap als ein defensiver Mechanismus, wenn gebetet worden ist. Die Pepper-Up-Potion Das kommt wenigstens in den Harry Potter Büchern vor. Die Pepper-Up-Potion evolved from a remedy created by which 12th-century Wizard? Linford of Stinchcombe. Sehr gut. Zenturies later, Glover Hipworth would expand on Linford's previous work to create the Pepper-Up-Potion we know today. In the Wizard and the Hopping-Pot what does the elder wizard leave for his son in the Hopping-Pot? In the Wizard and the Hopping-Pot what does the elder wizard leave for his son in the Hopping-Pot? Single Slipper. Single Slipper. Das kenne ich auch noch aus dem siebten Teil. Ja. Ich habe vergessen, wofür das war, aber ich glaube, das kommt halt wie gesagt auch im siebten Buch vor. Der Slipper ist native to which region of the world? Kommt da nicht aus den Scottish Highlands? In the Scottish Highlands? Nein. Die Antwort war in Nordamerika. Der Part Bird, Part Reptile ist ein distant Relative des Okami und hat serratete Fangen und eine bulletproof Heide. Wer ist der Muggle-Kritte, die in der Fountain der fairen Fortunes bezeichnet? Sir Lancelot wäre ein bisschen zu obvious, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sir Luclis klingt komisch, deswegen sage ich Sir Amset. Sir Amset? Nein. Die Antwort war Sir Luclis. Die drei Witche in der Geschichte sind Asher, Althida und Amata. Oh, ich liebe eine Geschichte, die mit einem Zwischen. Der Welt's größte Kelpie ist auch von welchem Namen der Name? Der Loch Ness Monster, oder nicht? Der Loch Ness Monster. Correct. Das Office der Missinformation hat sich selbstverständlich um irgendwelche Muggle-Evidence der Kelpie-Existenz zu verhindern. Wer war der erste Minister für Magik? Wir hatten Gamp schon. Der Ever Ready klingt komisch, deswegen Katniss Peverell. Katniss Peverell. Nein, der erste Minister war Eunuch Gamp. Gamp's größte Legat war die Fondung des Department der Magik-Law-Enforcement. Es auslief die Unforgivable-Kursen. Ich habe die gleiche Antwort. Es ist schön, zu wissen, dass es ein anderer Studenten ist, der Wert der Verhältnis der Verhältnis ist. Du solltest dich glücklich mit deinem Leistung. Nicht viele Studenten hätten so gut gemacht. Danke. Danke. Danke, dass ich mich umreinbar mit der Partizipation. Ich hatte eine sehr schöne Zeit. Ich habe das Buch auf dem Pedestal für dich. Revellia sollte sich schnell mit diesem Arbeit machen. Revellia! Book of Intermediate Transfiguration. This book is designed to help guide the student who wishes to pursue more complicated types of Transfiguration. Professor Weasley often recommends it to her advanced students as a bit of light reading. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Okay, das Wissensquiz hat also nichts gebracht. Ist egal, wie gut man da performt hat. Denke ich doch zumindest. Da vorne liegt ein Zettel. Professor Black, might I suggest a ban on magic in the library? Someone has been sneaking into the restricted section and Cressida Bloom seems to think of the library as their own personal arena in which practice their latest incantations. It is most disruptive. One might consider Priefts tame by comparison to such antics. Das ist nicht mehr unterzeichnet, der Brief. Kein Wunder, dass er da drauf nicht reagiert hat. Katze! Meow. Meow. Alohomora. Keine Sorge, Professor. Das hat alles prudienbezogene Zwecke. Dear Professor Weasley, thank you for your role. I am overjoyed to hear that this most recent crop of 70 years includes a number of students who may be both interested in and well suited for a career at the ministry. Of course, their owls will provide confirmation of the letter but equally invaluable to our recruitment process in your opinion. In your opinion. Hier ist ein Punkt. Das sieht man kaum. You have a unique perspective given your experience with us and for that I am truly grateful. I look forward to further updates as the term progresses. Respectfully yours, Paris Bevan, Minister for Magic London. It warms my heart to see your interest in Herbology. Dare I say? Blossom! Oh mein Gott. Oh, was Witze sind ja genauso schlecht wie meine. Guten Tag, Professor. Ich habe etwas sehr krass in einem Quiz verkackt. Was können Sie mir dazu sagen? Ja. Der Transformation Spell. Aber erstens würde ich gerne, dass ich ein paar Taschen die dir helfen, deinen Feldguide zu beitragen. Ich bin damit doch schon fertig. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Sonst lässt ihr mich doch auch immer so warten, wenn ich in der Quest warte. Warum muss ich das jetzt über die Map machen? Weil wieder eine random Cutscene kommt oder was? Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. That's a bestion. Uh, Bowie? Haha. Haha Beautifully done Der Spellmaster Assign new Spell Wohin? Weiß nicht mit welchem Spell ich den ersetzen soll Brauch ja alle Ringo I guess Aber ich brauch das Feuer Und Experianus Will ich auch nicht ersetzen eigentlich Aber ich meine gut Wenn ich die Gegner in Objekte verwandeln kann Dann brauche ich keine Waffen mehr schleudern Da sind sie auch entwaffnet Haha Du wolltest meinen Progessen so far this term, Professor? Ich habe es Du seemt, du hast keine Probleme gehabt In getting up to speed Und frankly Excelling in your schoolwork this year Thank you, Professor Die extra Assignments have been helpful As I suspected, they would be Now, it seems, you've been making Excellent use of the opportunities presented By your field guide Of course, the guide isn't the only measure of success Deke tells me You captured a unicorn And brought it back to the room of requirement Protecting so rare a beast Is an accomplishment of which you can be quite proud Thank you, Professor I will say I'm especially impressed with all you've accomplished In light of the rumors of your extracurricular activities Were your meetings with Professor Black's Houseelf And exploration of various caves down by the lake Connected in any way to Professor Figg Kommt drauf an, was sie meint Das Meeting mit dem Hauselfen Nein Jein Weiß es ehrlich gesagt nicht mehr No Not at all I was, er Intrigued by stories of a giant squid And wanted to learn more I encountered Scrope Who seemed delighted To share what he knew I see I admire your penchant for learning But do remember That your classwork and field guide Are designed to educate you thoroughly It'll be the end of the year in no time And you'll want to be well prepared For your OWLs I'll provide a final assessment at that time To ensure that you're ready for your exams Until then Well done You are dismissed Crucio Dazu sagt sie auch nichts Since our visitor fellcroft Something dawned on me about the trip to me Leave me the overlook Just north of the forbidden forest And I'll explain Now craft overlook But I have another idea I think we may be able to find what we need At a goblin mine south of Hogwarts Meet me there And bring someone who speaks gobbledygook Gobbledygook Hello Gareth So Has your aunt been taking it a bit easier on you lately? Unfortunately no In fact A few days ago She gave me a detention I was only testing a new recipe In a mostly empty classroom And the fire was put out quick enough You don't create anything worthwhile Without setting a few things on fire Agreed Innovators like us Are not appreciated in our time Can't let the doubters sway me Can't let the doubters sway me When they taste my latest brew They forget their criticism and the fire It will be bigger than butterbeer Oh That gives me an idea Better write it down Best of luck to you What's happening What's happening What's happening In the room The Winscher And that was I last time not done Was I actually done Was I actually done Was I actually done Was I had to do Is ganz viele Samen Anpflanzen Damit wir von allem Reichlich genug haben Erstmal wenn ich hier herkomme Trägt irgendwer Irgendwas extrem merkwürdiges Durch die Gegend So Machen wir das ganze Gebiet Hier doch mal Zu einem Herbology Gebiet Ja Das war meine letzte Mandrake Genau deswegen Ich kann nur sieben Stück machen Sekunde mal kurz Wenn ich nur sieben Stück machen kann Kommt das Ding da erstmal weg Subject in the screen Und in the use Ja dann fick dich mit deinem use Kommt uns weg Empty pot So Weg damit Und dann müssen die hier auch weg Kann ich die Großen nämlich auch hier hinstellen So was haben wir hier denn noch so Was ist das Eclectic Dung Composter Okay Gothic Dung Composter Dung Composter kann ich insgesamt 3 Stück haben Davon brauche ich aber nur 2 Und wir haben noch eine Kategorie Was ist das hier Shopping Station Davon kann ich auch 3 Stück haben So wir haben Insgesamt 8 Seeds 4 die in einen kleinen Pot müssen Ja das heißt wir stellen 2 für jeden Und 2 können 3 haben Das hier ist der Large Planter Davon haben wir 2 Das hier können auch 2 in jeden Und hier haben wir die Medium Die können 3 von jedem So das heißt wir haben jetzt alle Und halt nur immer zwischendurch mal hier reinschauen Und gucken was hier so abgeht So Alles nur mit Kräuterkunde Können wir hier noch mehr mit Wallhangings und so betreiben Aber Ne Ist mir zu viel Arbeit Ich hab die Kürbis Seko nicht gefunden Aber vielleicht findet man die auch noch irgendwo anders Sehr cool wenn man die Spiele wirklich spielen könnte Wenn die jetzt hier so wären Aber ich glaub nicht oder? Ne sie spielen sich einfach nur selber Aber das könnte trotzdem ganz cool sein Aber dann bitte hier oben Ja hier könnte vor allen Dingen interessant sein Wenn da wirklich was zu fliegen ist Ja so ein bisschen sieht man da rumfliegen Naja gut Genug dekoriert für heute Wollen wir mal ein bisschen was von dem Neasle Fur Aber das brauche ich ja wie immer Ein Baby Neasle Mehr Neasle Breeding Oder Hippogreif Machen wir mal Hippogreif Wir haben zwei Legendary Sachen Wir können ja mal gucken Weil Neasle Fur kriegen wir jetzt mehr als genug Ob wir da schon die Concentration einbinden können Concentration 3 Jo Es gibt dort auch jeweils nur ein Haar Das heißt das ist gar kein Problem Wenn wir die anderen müssten Bräuchten wir die De-Recall Feathers Oh komm können wir auch einbinden Warum nicht? Und dann machen wir mehr Schaden So jetzt gucken wir nochmal Jetzt haben wir ganz viele neue Quests Zwei Hauptquests Und sehr viele Sprechblasen Ich möchte glaube ich erst mit Sebastian sprechen Das machen wir einmal als Nebenquest Und da lernen wir Imperio Yes of course Dann nehmen wir doch das Der ist anscheinend ganz woanders Ganz unten Natürlich bei seiner Schwester Weil er natürlich Also weil er gesagt hat es geht ihr schlechter Du bist hier, gut Sebastian Ich würde mich interessieren, was die Studierenden gefunden hat. Schauen wir uns. Unfortunately, es ist kein Name auf dem Namen, aber ich glaube, wenn es wichtig ist für Slytherin zu stash in sein Spellbook, es ist wertvolle, was es weiter zu studieren. Ich bin bereit, um die Catacomb zu explore. Vielleicht können wir Ann visitieren, wenn wir fertig sind. Perfect. By the way, Ominous hat sich gefragt über dich. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Student Report The Catacomb assignment yielded more than I'd imagined. Learning about our ancestors was illuminating. However, I stumbled upon something else I could not ignore. In an area behind the Great Rune, which has suffered decay, Emmett, the turn-over-sarcophagei. I discovered an oddly shaped Relic. Immediately, I sensed its power. I would be thrilled to study the Relic further, if only the removal of objects were allowed. Ich meine, gut. Da steht jetzt nur was drin bezüglich, äh... Ich werde mich interessiert, was drin liegt, mit dem, was ich über diesen Catacomb lehren habe. Oh, das Ding ist komplett weg, einfach. Äh, mit großer Macht, aber das heißt doch nicht, dass man Dark Magic umkehren kann. Das habe ich jetzt nicht daraus gelesen. Außerdem, sollten wir ihm vielleicht nicht erzählen, dass wir herausgefunden haben, dass anscheinend mit der Ancient Magic es möglich ist, Pain zu entfernen? Ich glaube, da wäre er interessiert dran. Oh, die Spinne ist nicht tot. Ich habe die eigentlich auch nur aus Versehen verwandelt. Ähm, wir können aber mal eben das machen, dass... Wenn wir den Transfiguration Spell casten, dass es Explosive Barrels werden. Das ist sehr nice. Und, joa, mehr haben wir eigentlich gar nicht. Don't start. Achio! Öffnen all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Achio! This room is taller than it looks. Ja gut, da werden wir wahrscheinlich rauskommen. Wingardium Leviosa. Reveglio. Obwohl, ne, Quatsch. Da werden wir... Achio! Wingardium Leviosa. Welche ist eigentlich, wenn es hier schon so liegt? Ja. Wolle ich nicht extra Levioso raus suchen. We're finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Reveglio. We've read the world of another spider. Da ist nichts drin, obwohl man das verbrennen muss. So, und, Achio? Gut, hier auch. Hier ist nur ein bisschen Money. Diese Money-Sacks verstehe ich sowieso nicht. Die geben viel zu wenig Gold. Sebastian kommentiert Kruzio. Oh. Das ist nicht so lange, es fühlt sich wie ein tomb. Ich habe gehört über Catacombs, die überwenden Expansion efforts, und Branden... Couldn't bring it up! ...often cave-ins. Und dann, wir sind abandons. Genau. Wir werden gut, aber... Reveglio! Jetzt ist das, was ich in der Welt gegründet bin. Surrounded von Grandurin. Grandurin, dann, ein bisschen. Auch ein Altar mit einem Pile von Böden. Böden, schön. Böden, außerhalb des Sarcophagus. Sieht... ...und... 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 Reveglio! Da ist eine Spinne drin. Hätte nicht wieder dieses Baunen-Puzzle. Das war letztes Mal so buggy. Hallo. Oh, ich habe ja kein Tringo hier, up there. Bombarder! Reveglio! Ja, ich weiß ja, was man mit den Knochen zu tun hat. Aber letztes Mal sind die, glaube ich, einfach durch den Boden gebackt. Ich habe Angst, dass das jetzt wieder passiert. Da ist etwas hier, bei dem Altar. ...und... 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 Ancestors, forgive me, but I use their very bones as the key. I plan to return to it. But first I must ready myself for our next assignment, learning the Imperious Curse. The spell is said to serve well against enemies. What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic, and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones. Hmm. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Hmm. Hmm. I need to find a safe way across. Oh Gott, guck mal wie buggy das ist. Die sind eigentlich noch da drin. Hmm. Arresto momentum. Accio. Hmm. Confringer. Accio. Guck mal, wie stuck die sind. Kann die nicht bewegen. Eieieieiei. Also das müssen sie doch noch mal bearbeiten, diese Mechanik. Leicht aber immer noch nicht ganz aus. Ja komm, ich geh schon auf den Dings. Was? Ich kann nicht mehr zielen. Jetzt kann ich wieder zielen. Es ist so baggy. Es ist so verdammt baggy. Meine Güte. Rickety Bone Bridge complete. Achio. 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 Revealio. Mit Force reingehauen werden anscheinend. Weil... Ich habe keine Ahnung. Wingardium Leviosa. Du packst doch einfach hier irgendwie dran. So. Brauchst du noch mehr? Sind hier noch mehr? Nee, dann muss ich eins von drüben holen. Ach nee. Wingardium Leviosa. Bombarda. Revealio. Wovor das geht überhaupt? Weil ansonsten fehlt mir nämlich eins. Achio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Bombarda. Incendium. Achio. Wingardium Leviosa. Komm schon, mach es kaputt. sob. Mmmh. Das... Ist nicht gut. Hier oben sind nämlich auch keine Skelette mehr. Aber mir fehlt wieder eins. Äh, Sebastian. uns fehlt ein skelett und ich weiß nicht ob dir das bewusst ist aber in deinem inneren ist glaube ich auch etwas das man zum öffnen der tür verwenden glaube dafür müssten wir aber aber der kidavra lernen und nicht unbedingt den imperius flug ja keine ahnung also hier wird nichts mehr angezeigt ich würde sagen ich gehe dann mal nach hause schon mal ne tschüss das einzige was mir jetzt einfällt ist halt das dungeon zu resetten in der hoffnung dass das was bringt ansonsten habe ich auch keine ahnung ja ich will auch progress verlieren die items und so werde ich ja trotzdem haben die ich jetzt gelootet habe aber es müssen halt diese skelette resettet werden ja komm machen wir das ganze noch mal sebastian hat man hat sich alles resettet hat sich einfach alles resettet selbst der talent den ich während dem hier gelernt habe es ist ein bisschen mit dem dinge das ding nicht mitnehmen sonst scheiß sonst hätte ich vielleicht ein workaround gefunden anscheinend auch random welche items man in welchen chests findet weil letztes mal hatte ich da was anderes drin gefunden aber naja das ist mir eigentlich scheiß egal das oder die 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 dass Ich verstehe, dass ich ihn habe. Ein Safeway wird jetzt daraus bestehen, dass du hier ein paar Knochen dran packst und dann einfach versuchst, da drüber zu springen. Warum haben denn jetzt zwei dafür gereicht? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Also manchmal verstehe ich dieses Spiel nicht. Ja gut, dann können wir ja doch alles muten zum Glück. So, ich bin in den falschen Gang gelaufen. Ich dachte schon so, hä? Ja, das ist ein Gifftier-Maisen. Ja. 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 Man. Ja. 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 Dann bin ich da nur ein Spinner als Haustier. Oh mein. Hm. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier hinter ist anscheinend auch noch was. Aber hier kann ich auch nicht rüberklettern und nichts. Geheim, Geheim, Geheim! Geheim. Diplosja! Captain! Verdammt, schmutz? Ich bin. Geheim. Ich bin aber echt ein bisschen verwirrt, wo es weitergeht. Was war das denn für ein Konfringo? Gut, dann geht es anscheinend da oben weiter und hier war nur Loot. Das funktioniert. Geh weiter. Achso, da sind Symbole auf den Türen. Äh. Das und das. Und da haben wir das und das. Ach, ich hasse diese Dinger. Geht doch einfach da rein. Eine Güte. Geht doch sehr merkwürdig. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Rebellion. Der Slytherin student war so entranced with this place. Imperium. Das ist ein bisschen erst mal weggespringt. Rependium. Expelleant. Desenkel. Rependium. Arresto momentan Desenkel. Bombardum. Grabio. Protego. Stubatron. Stubatron. Für einen Moment da, ich dachte, das würde nie enden. Reveglio! Hmm. Loot, loot, loot. Dead End. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. The relic contains abundant potential. Its possibilities could benefit not only wizardkind, but the world. But the dark sacrifice involved to realize its intent may be too great. Until we know more, please do not remove this relic. What the fuck is this? Sebastian! The relic! Look! Could it be? Dramatic camera zoom. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. You should leave the relic alone or we need a relic. Ach ja, nimm's einfach mal. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. Ich bin curious. Ich bin curious. Wenn er es nimmt, hab ich ja nicht zu befürchten. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially for my uncle. Revealio. Revealio. Is that ominous? Gibt es vielleicht auch einen Disillusionment-Zauber, der uns sehr leise macht? Können wir uns einfach an ihm vorbeischleichen. Weil sehen kann er uns eh nicht. Ereo funktioniert nicht. Hmm. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible. Or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Hmm. Ganz ehrlich, mir ist das alles scheißegal. Ich will nur wissen, was dieses Relic macht. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. I'm... I... Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of... of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the Dark Arps. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperium! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian! Come on! What did you do? Imperium. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous. I'm sorry. Sebastian, we have to go. Story nimmt langsam Gestalt an. Das gefällt mir. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperium on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. It's so often, diese Entscheidung. Ominous and I. I hope he knows, that hasn't changed. So, auch wenn diese Entscheidung vielleicht nicht den kompletten Storyverlauf ändern, das gibt doch schon einem so ein bisschen so ein anderes Gefühl gegenüber dem Charakter, den man erschafft. How long will the spell last? How long will Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb, just as we did. He'll be alright, Sebastian. So, das wird jetzt echt den ganzen Weg darunter laufen? Oh nein, das ist nicht gut. Was ist das? Schmuck, da vorne, bei den Hamlets. Felkoff ist in Problem. Sie sind unter Attacken. Lass uns gehen. Du wirst mich nicht stoppen. Imperium! Kripsen. Schmuck! Kripsen! 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 Kurp..! Tratt! Je起ène ich dich! Möbel br psychology! Konf vardı! Kripsen! Schnell, du wirst es nicht mehr! Stiff's fight! Be careful! Chris! Sebastian! Hold'em! Stop provokin'em! Konfingo! Ah! Imperium! Ich mein, das war ja jetzt auch nicht nötig vor ihren Augen zu machen, so. Also mir ist es egal, aber wenn man so sagt, Imperium nur um das Leben zu retten, ja! Ja! Wenn ich das immer zu tun, dann werde ich. Ich werde. Er kann mich nicht von meinem eigenen Haus. Von meiner Freundin! Es ist besser, dass er es sich um ein bisschen zu lassen. Kann ich mit ihm sprechen? Vielleicht kann ich es helfen, um die Tension ein bisschen zu reduzieren? Du hast recht. Sehr gut. Es ist besser, wenn ich hier rauskomme. Ich gehe zurück nach Hogwarts. Ja, hier ist viel Erfolg. Und hier vorne ist ein Händler. Oder auch nicht. Hier war mal ein Händler. Ist wahrscheinlich beim Angriff gestorben oder so. Was war er zu denken? Was war er zu denken? Entschuldigung, Herr Salo. Was Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's Royalists before. That Goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft. Nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the Headmaster immediately. Why? I wonder who lives here. Oder do you see that. I think it's not going nowhere. Maybe there is not too many people yet. Okay. Okay. Not sure, what are you there to do? Wie Ladies da see you again? Huh. Lord, how's house broom. I'm already versioned because I have to sell you here. Und I won't go home of the way, I instagram has you seen this a lot. Ich bin mir sicher, dass ich den schon gekauft habe. Grooms. Ich habe zwei davon. Warum kann man davon mehrere haben? Ich hoffe, dass du sehr gut stolz bist. Ich bin mir sicher, dass ich mit meinem Freund habe. Ich wünsche mir, dass ich bessere Nachrichten über dein Freund und Anne habe. Nun, was er gesagt hat? Ich bin mir sicher, dass er nicht mehr von Feltcroft will, oder Anne. Ich musste das Goblin stoppen, zu töten meine Freundin. Er hat keinen Recht, um mich zu verabschieden, aus meiner eigenen Brüder. Wenn er mich zu verabschieden, um mich zu verabschieden, dann ist er sicherlich verabschieden. Er hat auch gesagt, er kann nicht verabschieden, die use of dark magic in any form. Und dass, wenn er von uns von uns zu verabschieden, dann wird er direkt auf Professor Black gehen. Huh! Das Relic, dark magic oder nicht, ist die key zu saving Anne. Zu verabschieden, dass das Kurs. Ich werde nicht lose Anne für gut. Ich sollte die Cresten senden, sie will wissen, dass wir uns zu treffen. Ich bin mir sicher, dass ich nicht folge. Nichts, nur ein thought. Jetzt bin ich mehr determined, als immer, zu lernen, was das Relic hat. Was bedeutet, dass du eine Cresten senden Anne eine Crest, so that she'd know to meet you? Es ist... We'd just lost our parents and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade Crest. And without a second thought, she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the Crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the Headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour, when I have news. Der Professor ist ja auch in Black. Die sind sowieso Dark Wizards schlechthin, ey. Oder zumindest, äh, zumindest unterstützen sie die Dark Magic. Diese ganze Nebenquist mit Sebastian und Anne interessiert mich irgendwie mehr als die Hauptquist, muss ich sagen. Weil da ist so ein bisschen dieses, äh, äh, good versus bad, äh, ist es nicht alles schwarz-weiß und so Feeling viel besser, als in der Hauptquist, wo es halt wirklich einfach nur ist, ja, wir sind die Guten, wir müssen die Bösen da bekämpfen, Rookook und Rangok, das sind die Bösen. Also bisher ist es zumindest so. Und deswegen finde ich das, diese Nebenstory mit Sebastian eigentlich viel interessanter. Weil ich mag so Storys, die so ein bisschen verworrener sind und nicht so schwarz-weiß geregelt. Aber ja gut. Okay, wir können anscheinend nur Lebendobjekte verwandeln. Ironischerweise. Naja, hier ist doch auch erstmal wieder ein guter Zeitpunkt, Pause zu machen. So ja, ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten, wünsche euch allen noch einen zauberhaften Abend, eine zauberhafte Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet, einen zauberhaften Tag im Allgemeinen. Also, bis zum nächsten Mal bei der zauberhaften Welt von Hogwarts Legacy. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020